So, hier gehts direkt weiter, beidrehen. Ist das nicht toll? Ich hab schon den ersten. Oh, ich bin zum Glück bei dem Kind. Oh, nochmal die Map? Ein Mundsnip. War noch nicht mein Snip, war irgendeine G3. Alter, ist hart krass. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt lassen wir mal so richtig schön knacken, Alter. Lass es knacken, Digga! Miau! Miau! Was ist das? Herr Krato! Aua, wie der mich weggesnackt hat. Haha, scheiße. Was? Die gehen aus unserem Team. Wir sind die drei besten Freunde, die ich meine bin. Nein. Dann sind wir die drei von der Tankstelle. Im blauen Haus, linke Seite. Da hockt einer. Ich kann das bei dem Sand sehen. Hey, wo bin ich gerade? Achso. Ba dapapapapapa. Is' er noch da? Ah, is' er noch da? Eieieiei! Ah, fuck! Kann ich mich nicht selber wiederbeleben? Das wäre mal eine richtig geile Sache. Das könnte man in Battlefield 3 machen, dass du dann dein Sunny-Kid da nimmst und dir selber... ne? Defi- defi- defi drierst da. Ja, super, ey! du redest zu viel ich wollte nur was erzählen es hat ja einen sehr logischen sinn und ein guter hintergrund das ist eine andere sache wer hätte gedacht dass er eine shotgun hat eine kleine schott mal sehen wie lange wir jetzt spielen jetzt spielen wir von anfang an ja geht es das war meine Das ist mein Platz, der soll weggehen. Das ist mein Platz. Oh, der ist weg. Okay, da ist eh nur weißer Nebel. Hihihi. Alles gut, wo bist du eigentlich? Nooktuben. Die Rache des Michals. Warum habe ich den nicht wiederbelebt? Ist mir egal, was du... Ja, super, Mann. Der bewegt sich auch nicht einen Millimeter, ne? Das ist nicht gut. Das nervt mich nicht. Hast du Aggression? Dafür sind diese Spiele doch gedacht. Ja, mech. Alter. Alter. Hätte ich darauf mal reagiert. Ich höre nur... Kiting-ting. Kiting-ting-ting. Und dann... Ah, nee. Auf Küste habe ich keinen Bock. Ich bin nicht so der Chillige, der so chillig am chilligen Strand chillt. Wenn du verstehst, was ich mache. Ja, okay. Ach, Michi. Hier ist Munition. Aggressionen haben uns noch nie weitergebracht. Scheiß-Spiel. Ja, ich bin... Oh, Bazooka. Jemanden, jemanden Bazooka töten. Give him a Jumpshot. Give him a Jumpshot. Hallo? Ey, jetzt ganz ehrlich. Wie oft soll ich dem Team denn noch in den Kopf schießen? Maaan! Schenkst du mir einen neuen Sessel, Michael? Nein. Wie schenkst du mir was? Ja? Mikro. Holen. Was hast du mir zuletzt geschenkt? Gar nichts. Wieso? Team-Chart. Okay, aber hast du das, du Pisser? Ja. Oh, die Scheiße! Ah, durch die Wand. Ich bin Hellseher, Mann. Miau! Oh, mein Katschok. Digga, so nicht. Wo ist er? Keine Ahnung, ich schieße irgendwo durch den Treffen. Uah! Haha! Alter, das war grad geil. Hat er versucht, mich nicht mit einer Rakete wegzusnacken. Aber dann dachte ich so nur... Da sind richtig viele, Alter! Scheiße, ich hätte mal eine Granate werfen sollen. Miau, miau, miau. So, aber wie steht's denn so? Alter, so schlecht sind wir? Kommt bestimmt jetzt in neue Sachen-Granze, ja. Ich bin echt so ein Mew-Bayer. Puh, ja. Ja, ich bin echt so ein Mew-Bayer. Ich bin echt so ein Mew-Bayer. Ach, mich. Was hast du denn jetzt schon wieder? Bist nur am Jammern. Den ganzen Tag schon. Hm. Hey, Thomas. Du rannst jetzt schon, Junge. Du bist... Mann. Am Strand ist ein... Ja, bin ich schon tot. Danke. Wie zu mir, Herr Mario. Denke einfach immer an Luigi und Mario. Die machen einen Glücklich. If you're happy and you're now, clap your hand. Alter, wie viel Scharen die aushalten? Nee, das gibt's doch nicht. Yo, RandomNate trifft mich. RandomNate? Hm. Nee, egal was du bist. Campo. Alter, was ist heute los hier? Nee. Also mir geht schon ziemlich viel ab. Nee. Das gibt's ja wohl nicht. Komm zu mir, ich bin gut in Deckung, Gott. Mann, Quine steht oben auf dem Hüger, macht nix. Was soll er denn machen? Ja, ihn töten, wenn er genau auf ihn dann guckt, ey. Ich hab hier Munition. Ich hab hier noch im Haus, hier, Munitionspaket, in der Anwärts. Ah, scheiße. Sorry. Wegen mir haben wir die Führung verloren. Ja, Krayonan, Team Krayon. Irgendwie hab ich ein Gefühl, dass das die letzte Runde mit dir ist. Ja, ist es auch. Ja, ist es auch. Okay. Ah, ich, ach, das ist unser, wa? Unser Rara. Ja, ne? Kann ich perfekt zwischenliegen. Das ist... Pachuca! Oh, ich bin Rang 3. Irgendwann teffig gemacht. Na gut. Grenade! I catch you, grenade! Oh, yeah! Komm her! Ich... Nein. Bin mietig! Hier. Da ist einer, ne? Ich mach mich in die. Denn ich bin der Assasinus da, wo. Oh, er ist weit. Wo er auch ja nix. Hast du gerade auf die andere Seite rüber geschossen? Mhm. Okay. Gut. Also von oben kann erstmal nichts kommen, weil ich das absichern hier. Ich könnte sagen, dass das jetzt nicht gut für uns aussieht. Ich konnte dich gerade nicht sichern, ne? Also... Kann sein, dass da wirklich lange gebashed sind. Geslangt. Ah, da ist ein paar auf dem Hügel. Ah, da ist ein paar auf dem Hügel. Was? Nein. 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 Mach doch Snippy und Mörser die alle schön weg, ey. Ich spielst du nur noch Saiga. Was spielst du nur noch? Saiga. Halt, das ist schwer. Fucky, fucky, fucky. Fucky, fucky. Ah, ich weiß nicht wohin, mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Saug, 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 saug. Hier ist Medizin. Ist ja schön, dass da Medizin ist. Da ist die Führung, Mann. Alter, ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Gendern, Mann. Ah, knappe Kiste. Mann, Gott. Äh, linke Seite gegenüber. Hast du ihn erwischt? Nein. Aber ich komm mal zu dir, Rommelbärchen. Vorne hin. Bin schon ruhig. Alter, Digga, ich muss dir jetzt mal was erzählen, ne? Ich bin nicht schwul. Fuh, du! Nein, und zwar, du hast ja auch diese von Mati da die Nummer kopiert, ne? Ja. Und da reingeschickt. Ich denk so, oh, man, hier hat eine neue Nummer. Das ist natürlich deine und denk doch mal nach. Und so, nee, warte. Verdammt! Dann hatte ich dann so, das ist die Geschichte, wie ich dein Handy nochmal gelöscht habe. Ha, super. Scheiße, haben wir uns überrundet? Überrundet? Überrundet. Aufholen. Super! Ich werde auch noch geneift. Ich habe dich aber gerecht. Ja, da waren aber zwei Stück, hast du ja auch gerecht. Nee, den anderen hast du noch gekillt. Nein, ich hab gar keine gestillt. Dann ist einfach umgekillt. Haha. So, jetzt bin ich mal irgendwo gespawnt. Was ist das? Alter, mach das. So, ich guck mal, ob da oben jetzt welche Noobies sind und basht die dann. Ah, ja, man kann sich auch nirgendwo mehr verstecken, ne? Ist auch so. Ah, fuck. Thompson! Ah, schade. Es geht alles den Bach runter. Wir rücken ab! Ja, ich hatte 13, wie kann das denn angehen, wenn du von mir wirst? Nur ein Trug hier einfach. So. Und neue Klasse, also Sanität, habe ich neue Waffe. Na, wie viel besser war ich denn? Wollen wir mal gucken? 20. Okay. Ja, gut. Dann ist diese Runde auch jetzt mal zu Ende. Ciao! Ciao!